Ich bin Sessa, ich bin 15 Jahre alt. Ich werde in so, ich glaube es sind sechs oder sieben Monate, keine Ahnung, werde ich 16. Ich habe türkische Wurzeln. Schauspieler habe ich natürlich als allererstes mal im Film die Mutprobe mitgespielt. Damals war ich noch etwas jung und man hat mir glaube ich in dem Film deutlich angesehen, wie aufgeregt ich war. Ich fand es aber, es war mega für mich. Es hat mir super Spaß gemacht und da habe ich auch gemerkt, dass es vielleicht für mich Film besser ist als Theater. Hallo? Hallo? Ist da wer? Ich liebe das Theater und Theater schauspielen macht mir Unmengen Spaß. Aber gleichzeitig habe ich auch später dann, als wir dann in der Schule Theater gespielt haben, gemerkt, dass ich doch irgendeine Scheu vor einer großen Menschenmengen habe. Aber wenn ich dann nur ich und vielleicht die anderen Schauspieler vor der Kamera stehen, habe ich irgendwie das Gefühl, da kann ich irgendwie mit mehr spielen. Ich habe niemanden, der mir direkt zuguckt und da fühle ich mich dann irgendwie beflügelter. Okay, gut. Also. Hallo? Hallo? Oh, wow. Hund. Tot. Freier Hund. Auf Wiedersehen.